Hallöchen! Nein, Spaß! Hallöchen, Leute! Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft! Was ich hier gesehen hab, hier werden die Welten jetzt hier so neu angezeigt und man kann sie umbenennen. Das werden wir jetzt gleich mal mit unserer Welt machen. Und ich glaub, das war die hier. Ja. Rename! Hier schreiben wir jetzt einfach mal Let's Play! Ausrufezeichen, Doppelpunkt, großes D. Großes D. Nein, das reicht. Gut. Rename! Sehr schön! Und jetzt müsste das auch funzen. Ja, wir sind ingame! Gut, wie gesagt, schon in der letzten Folge, wir haben diese Seite der Höhle jetzt komplett durch und werden darum jetzt die nächste Seite erforschen. Und das ist die hier. Hier werden wir höchstwahrscheinlich wenn ich auf Mops sämtlicher Art stoßen. Bin ich... Oh! Lappi! Miraculi! Bli, bli, bli! Ich hab schon wieder vergessen, wie das Zeug heißt. Oh, und Redstone! Viel Redstone! Was ist das? Was ist das für den Dreck? Na komm, geh kaputt! Nur weil wir hier schwimmen, geht das so langsam meine Fresse! Gut, ähm... Bli, bi, 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 bi! Bli, bi, 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 bi! Keine Monster? Was ist denn hier los? Das ist ja mal ganz selten, dass wir hier keine Monster antreffen. Oh, und hier haben wir sehr viel Kohle. Ich hab bis jetzt schon sehr viel Kohle gesehen. Und das ist natürlich super. Gut, ähm... Hier rein. Ach, komm schon. Ja, eine Spinne gehört. Aber sie ist nicht hier. Gut, dann machen wir mal das Wasser hier zu. Und sehen zu, wie es am Horizont untergeht. Nein, Spaß. Gut, ähm... Hier haben wir Kohle. Bevor wir jetzt wieder zurückgehen, nehmen wir die mal mit. Dann müssen wir schon mal nicht noch einmal hierher laufen. Kohle und mehr Kohle. Und noch mehr Kohle. Blüpp und blüpp. Das ist das letzte, glaube ich. Ja. Gut. Somit haben wir schon mal etwas mehr frische Kohle. Gut, denn Redstone prügeln wir hier auch gleich mal aus dem Boden. Das kann ja nicht schaden, wenn wir den gleich rausholen hier. Plop. 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 Und natürlich geht es noch weiter runter. Plop. Und das ist das letzte, glaube ich. Plop. Ja. Gut. Einsammeln. Und wieder zurück. Gut, hier war Stein. Gut. Hoffen wir das hier abbauen. Setzen wir hier mal... Ne? Ich habe Angst. Jetzt setzen wir hier mal wieder Fackeln hin. Und hier ist schon wieder so ein Gang. Mit einem Wasserfall. Irgendwie sieht das Wasser jetzt lila aus. Entweder das... Oder ich bin farbenblind. Gut. Schwimmen wir mal wieder ganz nach oben. Und stoppen ihn. Oh, oh, oh. Das sieht gefährlich aus hier. Fehlt nur noch das Schild. Achtung. Hier sind Monster. Okay. Okay. Was ist das? Ach, seht mal einer an. Jetzt sind wir wieder hier. Hä? Ich verstehe es nicht. Ach. Okay. Gut. Ah, okay. Ich verstehe. Gut. Dann stoppen wir das Wasser hier mal. Plop. Oh, da oben. Da oben könnten auch wieder welche sein. Ich hoffe einfach mal, dass sich meine Befürchtung nicht bestätigt. Und... Oh mein Gott. Da geht es runter. Das merken wir uns mal. Setzen uns hier vier Fackeln hin, damit wir das wiederfinden. Und ansonsten ist hier nichts sehenswertes. Gut. Ähm. Weiter nach oben. Ui. Also hier hatten wir richtig Glück in der Höhle, wenn ich nicht gestorben wäre. Bei der Lava hätten wir ausgesorgt, was die Materialien angeht. Gut. Ähm. Plop. Hier machen wir mal zu. Dass das hier wieder verschwindet. Und folgen dem Ganzen hier mal. Was hier oben hier haben wir? Ich glaube nicht. Und ich hoffe nicht. Ich würde sagen, wir kloppen hier mal ganz gemütlich die Kohle raus. Plopp. 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 Und Plopp. Und hier ist sehr viel Kohle. Das ist doch wunderbar. Da freue ich mich mal wieder. Wenn wir hier die ganze Kohle bekommen. Gut. Und weiter im Text. Kohle, Kohle. Da ist noch eins. Glaube ich. Das ist dunkle hier unten. Ich glaube sogar, ihr könnt gar nichts sehen. Aber wir sind schon wieder draußen. Gut. Ähm. Dann die hier. Plopp. Plopp. Ey. Da haben wir jetzt wieder... ...richtig Kohle im Vorrat. Und ich glaube, wir haben jetzt mehr als genug. Hoffe ich zumindest. Wir dürften jetzt auf die... Ja, wir haben jetzt schon drei Stacks eigentlich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie viel wir noch in der Kiste haben. Okay. Dann nehmen wir mal noch das Redstone an uns. Zack. Einmal. Und zweimal. Dreimal. Und wie wir alle wissen, sind alle guten Dinge. Vier. Hehehe. Na komm. Geh kaputt. Irgendwie gedauert das Redstone trotz... ...Eisenspitzhacker ziemlich lange. Komisch. Wenn ich vergleiche, wie schnell Gold und das ganze Zeug hier kaputt geht. Egal. Was soll's. Was soll's. Ah. Da vorne ist der Ausgang. Das ist gut. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas war. War hier etwas. War hier... Ne, hier waren wir schon, glaube ich. Ja. Da waren wir doch schon. Mensch. Gut. Die Kohle. Plopp. Plopp. Ein richtiger... Ein richtiger... Ähm... Großstoff-Schatz hier unten. Der gar nicht aufzuhören scheint. Und wir haben hier unten jetzt wirklich alles gefunden, was man finden kann. Wir haben Diamanten gefunden. Eisen. Kohle. Und hier ist noch mehr Eisen. Ja, ähm... Eisen und Kohle. Und... Lapis. Blibli-bli. Miraculi. Schwupp. 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 Gut. Das hier noch alles schön raus. Ei, ei, ei. So. Oh, und hier oben ist noch mehr. So viel Kohle. Überwältigend. Und hier sind sogar noch zwei, falls ihr das sehen könnt. Drei sogar. Das müsste es aber auch schon gewesen sein. Hier kloppen wir das Zeug hier ab, dessen Namen ich niemals aussprechen kann. Oder mir merken kann, besser gesagt. Aussprechen kann ich ihn. Schwupp. So. Ihr seht wahrscheinlich nichts, deshalb kloppe ich hier mal eine Fackel hin. Und klopfen das Zeug hier mal weiter. Weg. Hier haben wir noch mehr Kohle. Und noch mehr. Überwältigend. Was sich uns hier vor unseren Augen darbietet. Und noch mehr. Also so langsam reicht's aber. Da unten sind noch mal zwei. Klopp. Gut. Ähm. Ich glaub. Das ist auch noch Kohle. Ich klopfe es einfach mal weg. Auch wenn ich es nicht richtig sehe. Es ist eindeutig dunkler geworden hier. In dem Spiel. Und hier oben ist noch mehr Kohle. Ja. Und an diese Dunkelheit werde ich mich wohl erstmal gewöhnen müssen. Klöpf und Klöpf. Klöpf, Klöpf. Gut. Dann haben wir hier alles. alles rausgemacht. Da waren wir noch nicht. Hier machen wir mal weiter. Hier ist noch Eisen. Eisen ist immer gut. Denn aus Eisen macht man ziemlich viele Sachen. Oh. Okay. Dann würde ich mal sagen. Da oben ist noch mehr Kohle. Aber die lassen wir jetzt erstmal. Oh, das Eisen holen wir uns noch. Klopp. 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 Wow. Beine gebrochen. Ah. Ich, ich spüre meine Beine nicht. Natürlich spüren wir sie. Denn wir sind der Held in diesem Spiel. Klopp. Gut. Wir sind jetzt hier wieder oben. Haben doch einiges gefunden. Mehr als ich eigentlich geschätzt hatte. Ziemlich viel Kohle. Den Redstone Stack werden wir jetzt auch voll haben. So wie ich es geschätzt habe. Und das ist doch wunderbar. Wir bringen jetzt das ganze Zeug mal wieder zu uns nach Hause in unsere schöne Tresorkiste. Werden das Eisen und das andere Zeug mal einbrennen und Fackeln herstellen. Und dann sehen wir weiter. Ach, endlich wieder an der Sonne. Ist schon wieder Tag. Ist schon wieder Tag? Wo ist eigentlich dieses Acht? Ach, da ist sie. Es ist genau mittags, wenn die Sonne über uns steht. Glaube ich jedenfalls. So, ich würde sagen, wir bauen uns hier mal noch ein Boot. Das nächste Mal. Damit wir hier nicht immer so lange brauchen, um rüber zu schwimmen. Oder wir bauen uns gleich eine ganze Brücke. Das wäre doch auch mal was wunderschönes. Gut. Springen wir mal hier ein bisschen hoch. Hoch, hoch. Gut. Dann sind wir hier wieder da mit unserem wunderschönen Bett. Das Gold holen wir raus. Das Eisen legen wir rein. Zweimal Kohle reicht dafür. Gold hier rein. Kohle hier rein. Lappi, blblblblblbl, Miraculi. Und wow, wir haben eineinhalb Stacks voll mit Redstone dort unten gefunden. Oh, und hier ist noch ein Kohle-Stack. Gut, Leute. Bevor wir hier jetzt weitermachen, beende ich mal den Part. Mir wird kalt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich. Abonniert mich, wenn euch meine Videos gefallen. Kommentiert. Und Daumen hoch, wenn es sein muss. Wie ihr Lust habt. Also, bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao.